Die Living Lounge ist der Ort in Salzburg, an dem Sie Möbel und Interieur der Marke Neue Wiener Werkstätte in der Kombination von Klassik und Moderne erleben und genießen können. Individualität ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Das gilt besonders für unsere vielseitigen Innenausbaulösungen, die jedem Raum einen persönlichen Charakter verleihen. Hier wird eine Tradition spürbar, die die Neue Wiener Werkstätte seit vielen Generationen perfektioniert. Kompromisslose Funktionalität, ein hohes Maß an Gemütlichkeit und besondere optische Klarheit zeichnen unseren modernen Innenausbau aus. Wohnen ist die Kunst, eine Umgebung zu schaffen, in der Sie sich heimisch fühlen. Die von unserem erfahrenen und kompetenten Innenarchitekten-Team individuell geplanten Konzepte verfügen über ein zeitgemäßes Design. Von Werten getragen, die jenseits der Zeit bestehen. Living Lounge Möbel und Interieur in Salzburg. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.